Die Heiliggeist Kirche In unserer Dreharbeiten mit sämtlichen Menschen in Kontakt kommen, möchten wir natürlich kein Risiko eingehen und haben daher nicht nur mich, sondern alle an diesem Video beteiligten Personen testen lassen. Während hinter der Kamera noch Masken getragen werden, lasse ich meine Maske heute weg, solange ich ausreichend Abstand halten kann. Wer einen Schnelltest machen möchte, kann ihn ganz einfach in der Apotheke oder im Drogeriemarkt kaufen. Zudem bietet Heidelberg zahlreiche Möglichkeiten, einen Schnelltest auch direkt von Fachpersonal durchführen zu lassen. Wir drehen heute hier an der Heiliggeist Kirche, von daher habe ich mich direkt hier am Rathaus heute testen lassen. Jetzt können wir mal gucken gehen, wo diese wunderschöne Orgelmusik herkommt. Hallo! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen, Herr Schäfer! Ja, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich riesig. Sie sind der Kantor hier in der Heiliggeist Kirche. Und ich habe mal direkt eine Frage. Wie lange muss man denn üben, um so eine große Orgel spielen zu können? Wie lange machen Sie das schon? Das ist eine tolle Frage. Also man muss immer üben. Immer. Also ich habe irgendwann als Kind angefangen Klavier zu spielen und dann habe ich bei mir zu Hause diese tolle Orgel, also bei mir in der Kirche, ich war nicht ganz so groß wie die, aber schon auch groß gesehen, und habe gedacht, diese Maschine, die will ich spielen können. Und wie lange sind Sie hier schon in der Heiliggeist Kirche und spielen diese Orgel? Ich bin lange schon hier. Seit 15. August 1998. 21 Jahre. Das ist eine ganz schöne Zeit. Kommen mir vor, als ob es erst seit gestern sei, weil es ist unglaublich spannend, was man hier so erlebt in dieser Kirche. Es wird nie langweilig. Was denn zum Beispiel? Vor ein paar Jahren waren die großen Reformationsjubiläen mit Tausenden von Menschen, mit hohem Besuch aus der ganzen Welt, aber doch ganz ergreifende Momente. Ich denke zum Beispiel an 9-11, als wir hier ein Mozart-Requiem aufgeführt haben. Zweieinhalbtausend Menschen in der Kirche, die ganze amerikanische Community war damals da. Also ganz unterschiedlich von unglaublich fröhlich und bewegend, aber auch so sehr ergreifende Momente. Vielen Dank, Herr Schäfer, für den wunderschönen Morgen und die wunderschöne Orgelmusik. Vielen, vielen Dank und ich schaue mich jetzt noch mal ein bisschen weiter um. Ja, viel Spaß. Dankeschön. Jetzt schauen wir doch mal, was da oben noch so ist. Hallo, Olli. Guten Morgen, Sophia. Morgen. Du bist Gästeführer. Stimmt. Hier in Heidelberg, richtig? Das ist korrekt. Sag mir doch mal, was ist denn das Besondere an der Heiliggeistkirche und warum lohnt es sich, Sie zu besuchen? Es sind viele Sachen. Es ist nicht nur die größte Kirche in Heidelberg, sondern natürlich auch die Lage zentral in der Altstadt. Also quasi jeder Tourist kommt hier auch vorbei. Und die bewegte Geschichte kann man natürlich auch sagen. Wir haben eine gotische Kirche hier, die allerdings einen barocken Aufbau teilweise hat, weil Heidelberg wurde ja zerstört. Ende des 17. Jahrhunderts im Erbfolgekrieg. Und sehr interessant natürlich auch da vorne, wir haben eine Kirche, die ja mal eine Scheidewand hatte, eine Scheidemauer. Und die stand tatsächlich bis 1936. Man kann sich das nicht mehr vorstellen heutzutage, aber die Katholiken wurden sozusagen in den Chor verbannt und die Protestanten waren hier im Schiff. Du zeigst uns jetzt auch noch mal ein paar besondere Stellen hier in der Kirche, richtig? Sehr gerne, ja. Okay, dann folge ich dir. Auf geht's. So, wir sind jetzt erst mal auf der Empore. Früher Ausstellung der Universitätsbibliothek und Bibliotheka Palatina. Und heute haben wir das große Glück, dass wir den Geheimgang quasi nach oben nehmen. Cool. Was gibt es hierüber Spannendes zu erzählen? Es gibt einen wunderschönen Dachstuhl, wie du sehen kannst. Ja. Das Original ursprünglich, die originale Kirche von Anfang 15. Jahrhundert ist ja abgebrannt, das ist der Dachstuhl. Darum, das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Aber hier gibt es ein Loch, wo du in das Kirchenschiff reinschauen kannst. Es geht weiter, die nächste Etappe. Also nochmal ganz speziell nur für uns heute. Oh ja. Wir stehen sogar vor den Glocken der Heiliggeist Kirche. Das können nicht viele sagen. Ich bin ja froh, dass sie jetzt gerade nicht läutet. Da in dieser Holzkiste, wir müssen extrem leise sein, denn da sind die Falken drin. Auch kleine Falken, kühlkennen. Und die kann man übrigens auch live verfolgen im Livestream. Wird hier eingeblendet. Dann könnt ihr live mit dabei sein. Wir stehen jetzt hier nochmal auf dem Glockenturm. Hinter mir seht ihr natürlich den bombastischen Ausblick auf das Heidelberger Schloss. Das wird übrigens auch ein weiteres Heidelberger Highlight werden in einer nächsten Folge. Guckt da gerne bitte auch rein. Olli, jetzt aber nochmal hier unten zu den kleinen Lädchen, die sich ja um die Heiliggeist Kirche rumziehen. Was hat es denn mit denen auf sich? Richtig. Die Läden sind im Prinzip so alt wie die Kirche selbst. Man hat damals schon ganz klar gesagt, wir wollen alles, die Leute nah an der Kirche haben. Das heißt, der Bäcker, der Metzger, alles war direkt vor Ort. Heute finden wir Souvenirs da. Das nächste Mal, wenn vielleicht alles schon geschlossen hat, siehst du, da sind eingeritzte Brezeln. Das war nämlich das Brezelmaß. Daran hat man festgestellt, das ist der Index. Okay, so groß muss eine Brezel sein. Das heißt, wenn der mich übers Ohr gehauen hat, konnte ich sagen, nein, meine Brezel ist kleiner. Habe sie dran gehalten und das können wir immer noch sehen heute. Sehr schön. Ja, super. Ich hole jetzt auch nochmal Gregor mit ins Boot. Gregor, the man in charge. Du bist Hausmeister hier schon seit über 30 Jahren der Heiliggeist Kirche. Und du hast das heute für uns auch möglich gemacht. Deswegen nochmal ein riesengroßes Dankeschön an dich. Ja, es war sehr spannend. Es ging hoch und hoch und höher, aber es hat riesen Spaß gemacht. Also vielen Dank. Vielen Dank. Und Olli, wer mal eine Tour mit Olli machen möchte, hier die Heiliggeist Kirche, touren möchte die Altstadt, das Schloss. Heidelberg generell, der kann dich buchen auf Heidelberg Marketing. Das ist korrekt. Ja, richtig, über die Seite. Also, wenn es euch gefallen hat, die Folge, lasst gerne mal ein Like da, abonniert unseren YouTube-Kanal oder folgt uns auf Instagram und Facebook. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.